hallo leute willkommen bei meinem neues video bei diesem video gehen wir bis hier in Nürnberg Saigon was wir eigentlich ständig machen aber egal in zukunft kommen bessere videos und so ja so leute wir chillen jetzt ein bisschen hier wir sind bei der Wiesensee der macht auch gerade jeden Video man kann hier voll gut chillen wir chillen jetzt ein bisschen hier und gleich geht mit dem Video weiter wir gehen jetzt durch 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 Park was auch immer scheiße was ist oben heute so jetzt haben wir hier die Bänke jetzt zeige ich euch die Bänke weiß selber nicht oder ich weiß nicht was ich reden soll gerade die Urus geht runter wenn der runter fällt helfe ich ihnen nicht weil ich selber nicht rum kann aber egal zeige ich euch jetzt ein bisschen von oben so 3 grad grad glaube ich weiß ich muss ich nachschauen aber sieht geil aus und hast du gesagt irgendwen so jetzt leute ich fange extra für euch jetzt diese Enten kommt jetzt hier hin ich fange ich fange euch jetzt oder wenn die mich angreifen weiß ich selber nicht und sonst kommt die hier ich mache aus euch Entenbox ich will die fangen ich will Entenbox machen aus die die haben mich zuletzt in türkai gebissen aber noch irgendwie so russ hallo hallo geht es euch gut wer will in die fahne kommt die kommt in die fahne jetzt so leute ich kann die doch nicht fangen weil da kommen menschen die auch in die fahne ich war's ich war's du einmal drauf gehst alle gehen auf dich los ich weiß die haben ja zuletzt in türkei mich gebissen weil ich wollte ja in türkei auch Entenbox machen aber ja leute so wo sie mir stehen geblieben aber fahne also ich wollte die fangen und ich wollte aus denen Entenbox machen weil ich ich mag einfach mal wenn äh wenn äh wenn äh wenn äh äh sind das überhaupt Enten? sind das überhaupt Enten? Ops aber so witzeste Enten waren die groß nicht der bin aber grafen scheiß aber im Ende verkündet sich mal Enten ne? Egal da mach ich äh ähh irgendeine Box Fleischbox äh Vogelbox Vogelbox Ich glaub, das gibt's kein, ne? Guck Leute, ich bin ein... Alman. Alman. Die türkische Wurzeln. Wala, ein deutscher Pass zu haben ist kein. Mach doch Licht an, der kann mich doch festlegen. Also, mich kann man, glaube ich, sehen. Ich weiß nicht mehr, was ich labern soll. Wala. Wala, ich weiß nicht. Ich betäu, meine ich. Ja, sag mir was. Jüngle, 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 jüngle. Was ist mit? Och sen billah, och sen billah. Dann haben wir nichts. Jüngle, jüngle. Okay, man denkt, ja, artma, artma jetzt. So, Leute. Ich sag da, und so, Leute. So, Leute. Obwohl ich nicht so, Flange habe. Okay, grazie. Dichtemun, Leute. Leute, zeig mich. Warte, nehm kurz. Ey, Leute. Die Stimmung ist grad geil. Der Drehdurch ist auch. Nur Zinfone, ey. Wir haben nichts genommen. Nichts genommen, mein. Hier kannst du eine Kamera haben. So, Leute. Ich beende gleich. Also, ich beende. Ich beende. Halt's mal. Ich mach.